Ja hallo, hier ist Ludo Experience. Ich möchte zum Abschluss zu meines Projektes I Wanna Be The Boshi of You Gonna Get Draped Mode eine kleine Rede halten und wenn das jetzt nicht interessiert, der kann hierhin springen, da fängt das Video dann an. Ich weiß noch, wie ich den ersten Part hochgeladen habe, das war die Welt 1 und ich habe das eigentlich eher aus Jux hochgeladen, einfach mal so, just for fun und wie dann wirklich das auf so positive Reaktionen gestoßen ist, dass ich mir gedacht habe, ah, Welt 2 kriege ich auch noch hin und dann hat sich das wirklich verselbstständigt, da habe ich eine Welt nach der anderen hinbekommen. Also es ist schon unglaublich und ja, jetzt möchte ich hier den Leuten dafür danken, die es mir ermöglicht haben, so weit zu kommen. Zuerst ist... Zuerst... Entschuldigung. Ja, ich hoffe, ich werde die Namen jetzt richtig aussprechen, ansonsten bitte steinigt mich nicht. Ähm... Ich habe mein Bestes versucht. Ja, als erstes möchte ich dem Entwickler des Fangames I Wanna Be The Boshi danken. Ich rede natürlich von Zulgrin. Das ist ein Hammerspiel und... Also es ist wirklich geil. Kann man nichts anderes sagen. Dankeschön. Als zweites möchte ich Cain, dem Macher von I Wanna Be The Guy, danken dafür, dass er so ein schönes Spiel programmiert hat. Ähm... Ja, es hat mir sehr gut gefallen und es hat auch dazu beigetragen, dass ich weiter Fangames gespielt habe. Als nächstes möchte ich Chris09 danken, wobei das I mit J geschrieben wird, dafür, dass er mir I Wanna Be The Guy gezeigt hat. Also, danke Chris09, ohne dich wäre ich heute nicht hier auf YouTube. Ähm... Dann möchte ich Recool10 dafür danken, dass er mich angestachelt hat, weiter zu spielen. Denn er selbst hat schon im Jugonagut Rape Mode die Welt 1 geschafft. Und... Ja... Ich habe dann eben fast eine kleine Challenge mit ihm veranstaltet, wer am schnellsten weiterkommt. Ja... Und das hat mich sehr vorangetrieben. Dann möchte ich My Every Rotten Giggles dafür danken, dass er mich ebenfalls angestachelt hat. Da er auch auf Jugonagut Rape Mode spielt und auch Videos davon macht. Muss ich sagen, sind echt schön geworden. Ähm... Ja, was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Ähm... Entschuldigung. Ja, ich wollte ihm einfach deshalb danken, weil er ja mich aufgepusht hat, weiterzumachen. Es war wie eine Herausforderung für mich. Deswegen danke ich dir My Every Rotten Giggles. Als nächstes möchte ich Indigo oder Indijo danken dafür, dass er ein Board 2 programmiert hat. Ähm... Ganz einfach deshalb, weil... Ich war nach Welt... Moment... Was war's? Welt 8? Diese Megaman-Welt. Hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Dann ging das zwei Wochen so. Und dann habe ich dieses 1 Board 2 die Alpha gespielt. Und dann hatte ich plötzlich voll Lust wieder auf I Wanna Be The Boshi. Und dann habe ich es innerhalb von... Hm... Ich glaube einer Woche. Vor einer Woche war das. Gott, so schnell vergeht die Zeit. Na... Vor einer Woche habe ich das gespielt und dann hatte ich so wieder Lust, I Wanna Be The Boshi zu spielen. Deswegen... Habe ich weitergemacht und bin letztendlich hier an diesen Punkt angelangt. So, als nächstes möchte ich allen meinen Abonnenten danken, die bis jetzt wären Chris09, den kennen wir schon. Dann Blitzbogen. Yoshimaya... Äh... Yoshimaya One. Leo Swiller. Master103. Ähm... Sign of Twelve. Lojitiber... Lojitiber... Bier... Lojitiber... Dann Purzelpan. Junger Min. Orange Driver 87. Recool10. Auch ein alter Bekannter. Shadowlink 57. Pinem Petura. I Wanna Be The Collector. Nahui Jetina. X King Bullet Bill X. X Crazy Zocker X. Bomba Luigi 95. Space Yellow 353. Max 216. 4111. Pebble 4. Highway 99. Y T. Elves Cargator 15. 나오는 drinnen. Rings R7X. Skull Ninja. und zum Schluss The Candles. Und ich möchte mich schon mal bedanken, wenn ihr jetzt nach diesem Video mich abonniert. Da kann ich euch logischerweise leider nicht mehr im Video nennen, aber ich möchte mich schon mal bedanken bei euch. So, das war's im Großen und Ganzen. Vielleicht jetzt noch eine Frage beantworten und zwar was werde ich jetzt danach machen? Ein Video werde ich noch von I Wanna Be The Boshi machen. Und zwar, da werde ich ein Special machen. All den ganzen Rest, den ich noch zeigen wollte, wie Tricks, Glitches, Bugs, was weiß ich. Ich überlege mir noch, ob ich den Kappa auf You Gonna Get Raped reinstelle. Das werde ich alles zeigen und danach werde ich mal an meinem eigenen Fangame weiterprogrammieren. Das nennt sich I Wanna Be The Ultimate Hero. Wenn ihr wollt, also das empfehle ich nur mit denen, die wirklich irgendwie keine Abneigung gegen schlechtes Level-Design haben, dann könnt ihr es auf dieser Seite downloaden und auf dieser Seite könnt ihr euch informieren, falls ich mal eine neue Alpha rausbringen sollte. Ja, wie gesagt, es ist nicht wirklich die Krone der Schöpfung aller Fangames. Es ist sehr verbesserungswürdig, aber es ist zumindest nicht so schlecht wie manch andere Fangames. Ich gebe noch einen kleinen Tipp bei meinem Spiel. Und zwar, es gibt eine Pokémon Area, die ist aber nicht so leicht zu finden. deswegen sollte man in der Anfangs Area, die so aufgebaut ist wie in I Wanna Be The Guy, eben wirklich alle Wege versuchen, die auch in I Wanna Be The Guy in der Anfangs Area möglich waren. Ich habe einige Leute gesehen, die haben einfach meine Pokémon Area nicht gefunden. Soweit, so gut. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit dem Video. Wie gesagt, es war ein schönes Projekt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. 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 Bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh, ich hab's geschafft. Ja, hier ist nichts mehr. Ey, was ist das denn hier? Was ist das denn für Betrug? Hey, ich hab's auf die O'Connor with Rape Mode geschafft. Da sollte das doch freigeschaltet sein. Ach was soll's, ich hab sowieso schon Sonic. Damit möchte ich mich verabschieden. Es hat viel Spaß gemacht. Beziehungsweise auch manchmal nicht. Aber es war auf jeden Fall toll. Es freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, wir sehen uns dann bestimmt irgendwann einmal wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.